Hallo zusammen, ratet mal, wer heute Geburtstag hat. Jessie! Ich bin jetzt zum ersten Mal in ihrer neuen Wohnung und schaue, wie es schön aussieht. Seht ihr das? Ihr seid mega cool. Und ich habe die Haare nicht einfach so und so komisch, sondern wir haben jetzt eine Beauty-Night-Day. Genau. Ihre eigentliche Party ist erst am Freitag. Und heute ist es am Ende. Ja. Wir machen jetzt eine Gesichtsmaske. Ja. Wir haben sie selber gefunden. Oder mit unseren selberen Fingern. Mit den Resten der Postel. Aber wir machen sie dann ein separates Video davon. Und ihr seht ihr es dann einfach wieder mit der Maske im Gesicht. Ja. Genau. Also sie schnippst jetzt. Und wie seht ihr uns mit Maske? Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Immer nicht schön. Ja. Ja. Jetzt müssen wir so einwirken. Genau. Und für das kommen wir dann nachher in die Stube. Ja. Möchten wir dann nämlich noch ein ernstes Würfel reden? Ja. Bis gerade. Ja. 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 Wir machen jetzt kurz. Wenn du zu mir meine Chelsea. Ja. 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 Das ist jetzt ein bisschen hart. Da gibt es eine Geschichte dazu, weil nächstes Monat fängt die Uni bei uns wieder an. Wir haben das Praktikum an, das Arbeiten ist auch noch. Wir können uns einfach mehr konzentrieren und bessere Vlogs machen, wenn sie nur in einer Sprache sind. Wenn ihr irgendwelche andere Vorschläge dazu habt, zum Beispiel Monatsweis oder so. Einmal Monat das, Monat das. Wir sind offen. Ja, natürlich. Aber es ist einfach einfacher, wenn man jeweils nur einen Vlog aufladen. Weil das ist dann so authentisch, wenn man genau das gleiche immer in der Sprache dreht. Ja, ja. Punkt 1. Punkt 2. Das betrifft unsere Social Media Sachen. Also wenn ich nur noch einmal erwähnen wollte, können wir uns gerne auf Twitter und Instagram folgen. Weil vor allem auf Instagram haben wir auch immer aktuelle Sachen drauf. Wie jede Mändig eine gemeinsame Erinnerung. Ja, wenn wir ein Monday. Jeden Freitag haben wir einen Fakt über uns. Sehr interessant. Ja. Und jetzt für diesen Monat, weil es unser Geburtstag ist, Secret Saladay. Genau. Also wenn es mich interessiert, geht es ruhig. Dann könnt ihr auch sonst mit uns besser kommunizieren und uns Tipps und Tricks und weiss nicht was alles für unsere Vlogs verraten. Genau. Eben gerade zu Punkt 3. Ja. Wenn ihr Teil davon sein wollt, könnt ihr uns auch Fragen schreiben, ob wir sie beantworten sollten. Oder ihr ein Bild schicken könnt ihr euch. Ja, ich meine, wir sind ja nur, ob überhaupt so weit kommt am Kopf. Genau. Weil wir sie nicht schauen. Ja, das sind die drei Punkte. Ja. Und jetzt finden wir dann schon wieder unsere Gesichtsmaske. Ja. Ich bin bereit für Party. Ja, das Essen ist eigentlich bereit. Und hier habe ich ein bisschen Chips vorbereitet. Der Rest des Essen ist im Ofen. Der Salat ist noch das. Cupcakes habe ich hier auch. Das Tiramisu ist noch. Und der Kühe. Und ich bringe es mal auf. Chocolate Cupcakes. Und dann sind Muffins. Ich verwacht es immer ein bisschen. Und schaut dort im Pool. Seht ihr das? Ja, als erstes kommt der Donessa oder Chelsea. Wer weiss. Und dann lasst uns das Essen im Ofen anschauen. Der erste Teil ist hier drin. Das kommt nachher noch für die Pizza. Salat. Und die Tiramisu ist hier drin. Mal schauen. Juhu. Ja. Hallo zusammen. Mein Geburtstag gestern ist recht schnell umgegangen. Chelsea war nicht die erste, die gekommen ist. Darum konnte ich dann auch nicht mehr filmen, wo die ersten Gäste da waren. Aber es war mega gemütlich. Es war ein lustiger Abend. Und ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg zur Chelsea. Und dann schaue ich mich ein bisschen komischer. Moment. Was soll ich sagen. Das Wetter ist recht scheisse. Und meine Haare sind auch schon recht versaut. Und heute läuft es nicht so wie ich will. Eigentlich wollte ich eine halbe Stunde früher oder so wieder Chelsea sein, damit wir noch ein bisschen über euch filmen und aufnehmen können. Aber. Mein Zug hat irgendwie zu spät gehabt. Glücklicherweise der Anschlusszug auch. So habe ich es dann doch noch geschafft. Nicht ganz zu spät gekommen. Ja. Und hoffen wir ganz ganz fest, dass ich es finde. Weil ich bin den Weg genau einmal gelaufen. Nämlich vor. Also Montag. Jetzt haben wir Freitag. Ja. Vielleicht sind noch nichts zu gestalten. Oder sie macht die Tür auf. So können wir am Anfang ganz ganz kurz filmen. Und sonst wird es auch mehr in den Rückblicken vom Abend. Und das tut mir mega leid. Weil eigentlich haben wir wirklich gedacht, es wird noch eine coole Vlog, wenn wir mit euch zusammen Geburtstag und Weihnachtsfest feiern können. Aber ja. Höhung. Gut. Wir sind. Ah, filmen. Nehmen wir. Uh. Seht ihr jetzt die Wellenhaare? Gesehen sind sie sehr. Ja, wirklich. Sie sind gut gelöst. Seht ihr eure Frisur? Okay. Ich habe es nicht von mir gar Glück zurück. Jetzt bist du noch ausgehackert. Ja. Ja. Mega cool. Ein kleines 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 kleines. Willkommens. Oder. Willkommens. Ja. Wie lange wohnst du da? Machen wir ein Wohnungsinterview. Mit den Brünen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ihr gleich noch mehr von der Wohnung gesehen habt, ihr Schlafzimmer. Das haben wir glaube noch nicht. Vom Montag. Die haben wir in der Stube noch ein bisschen kochen. Und der Kleiderschrank. Ja. Hast du auch schon in einem Vlog vorgekommen? Ja. Mein neuer Kleiderstand. Mit ganzem Stock. Das ist super. Und es schmeckt schon so fein. Und nochmal einen Spiegel. Ilja, musst du dir mal ein Glas essen? Ja. Badzimmer. Küche. Hier ist die Scheibe, die es einen Umfang gegeben hat mit dem Holundersinn. Haben wir das nochmal gepostet? Ja. Hier in Berlin. Ja, ich habe schon. Mhhh. Ich liebe Schlafzimmer. Ah ja, nicht mehr. Und? Ich kann... Die liebt sie vor allem mega. Windpücher. Ja. Ich weiss nicht warum, aber in einem Sushi-Restaurant haben wir die. Ja. Immer gehabt. Und Guacamole. Mhhh. Ah, Berlin Tag und Nacht. Ja. Ich denke, wenn es gerade du bist. Ja. Gibt es auch andere, die das vor euch schauen? Mir läuft es ganz selten. Ganz selten. Ja, sehr selten. Und mit den Kollegen so gut wie nie. Und? Du hast mich gleich aufgefahren. Hast du den aufgestellt? Neu? Hä? Hast du den Stuhl neu aufgestellt? Den habe ich schon gehabt, aber nicht aufgestellt. Aber jetzt ist es nass drin. Und es war richtig ein Hochhaus. Ich habe ihn eben vorhin verzerrt. Ich glaube, ein Hochhaus. Aha. Okay. Wie sehen wir, die Bankleise sind auch noch da. Ja. Die sind sehr laut. Sehr laut. Sehr laut. Ja. Willst du etwas trinken? Ja. Ich dachte, das ist so praktisch, wenn sie so kühler wurde. Wirst du etwas herausstellen? Ja. Ja. Das ist die Lieblingsruhe von Chelsea. Könnt ihr ihr nächstes auf Geburtstag alle eine schicken? Genau. Genau. Einfach... Es ist in ein paar Tagen egal. Also was passiert? Ja, ja. Hä? Was wirst du gleich? Aha, ja. Das ist echt, weil sie schon fast eine Woche alt ist. Ja. Das ist mega schön. Ja. Ja. Du kannst nachher noch kurz erzählen. Ja. Ja. Bis später. Ja. Tschüss. Guten Morgen. Also, es war wirklich ein mega cooler Abend. Gestern hat mich mega gefreut, dass so viele Kollegen, Kolleginnen und Cousinen kamen. Das hat mich mega gefreut. Und es war witzig und viele Geschenke bekommen. Und ich möchte es jetzt mal zeigen. Das erste ist so zur Dekoration meiner Lieben Cousinen. Mit Kämtchen drin. Dann ein Blümchen. Aber für die... Von der Kollegin. Dann aber die zum Glas machen. Ich möchte für die nächste heiße Tag. Das habt ihr ja gestern schon gesehen. Und natürlich von meiner Schwester und ihrem Freund. Eine Truhe. Sie hat einen ganz dunkelbraun gekauft. Und jetzt alles abgeschliffen. Und es ist so schön. Ich fange wirklich mega... Jetzt muss ich noch ein perfektes Plätzchen finden. Weil dort gefällt es mir noch nicht ganz. Aber das mache ich nicht nach dem Schaffen. Und was ich noch bekommen habe. Das. Aus so kleinen Flaschen mit verschiedenen Essigen und Ölsorten. Von was. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und... Und... Zu gut. Letzt noch. Schau dir, Burgerli. Hi, Liebse. Die sind wirklich. Das ist das Beste. Ja. Eben. Es war wirklich cool oben. Und... Ja. Genau. Falls ihr Fragen habt. So. Ich bin noch dran. Und tschüss. Bis später. Tschüss. Das ist nämlich auch halt Punkt 3. Genau. Ähm. Ja, das sagt sie, ob ich ein Jubiläum kann. Ja, das sagt sie, ob ich ein Jubiläum kann. Das ist aber nicht mehr. Haha, das ist ja nicht mehr.